Musik Wir sind hier in Dielheim auf unserem Obstbaubetrieb. Hier haben wir einen Hofladen mit 150 Quadratmetern. Wir bieten 20 verschiedene Sorten Äpfeln und Birnen und ein umfangreiches Hofladensortiment. Außerdem sieht man hier schön im Hintergrund unser Kaffeestadel, in dem man jetzt gerade zur Saison auch kleine Spargelgerichte und hausgemachte Kuchen und Torten bekommt. Dann haben wir noch in Gauangeloch und in Mauer zwei weitere Hofläden, um die Direktvermarktung praktisch weiter auszubauen und den Einwohnern in den Orten dort praktisch so ein bisschen die Nahversorgung zu ermöglichen. Genau. Ansonsten bauen wir hier neben den Äpfeln auch Spargel, Erdbeeren, Kirschen, Zwetschgen an. Ja, habe ich was vergessen? Nein. Ja. Heimservice. Genau. Und dann haben wir noch den Heimservice, Freudensprungshofkiste, in dem wir Woche für Woche den Kunden von uns zusammengestellte Obst- und Gemüsekisten nach Hause liefern. TV-URIGINAL 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 TV-URIGINAL